Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch das Unboxing von dem weißen iPhone 5. Ihr habt bestimmt schon das Unboxing gesehen von dem schwarzen. Jetzt habe ich hier endlich die weiße Version zum Auspacken für euch. Hier seht ihr die Verpackung, ist eigentlich identisch mit der schwarzen. Wir sehen hier iPhone 5, Apple Logo zweimal, nochmal iPhone 5 und wir sehen hier, dass es die 16 GB Version ist. Vorne schick im Profil das iPhone und wir packen es jetzt einfach mal aus. So, dann können wir das schön aufmachen hier. Und dann haben wir es auch hier schön präsentiert. Sieht wirklich sehr schick aus. Legen wir aber erstmal beiseite, denn in der Verpackung ist noch mehr drin. Wir haben hier diesen klassischen Plastik-Tray. Dann hier so ein kleines Booklet, designt bei Apple in California. Wenn wir das aufmachen, haben wir das SIM-Tool zum Einlegen der Nano-SIM-Karte. Wir haben hier diverse Anleitungen auf verschiedene Sprachen und natürlich die Apple-Sticker. Und was wir jetzt ganz neu dabei haben, sind die Earpods. Dies sind die neuen Kopfhörer. Haben wirklich ein klasses Sound. Ist auch super, dass sie mit diesem Case dabei sind. Dann haben wir natürlich hier ganz normales Netzteil. Und das neue Kabel zum Aufladen von dem Gerät. Denn das neue iPhone hat keinen Dock-Connector mehr, sondern diesen Lightning-Anschluss. Das iPhone lädt damit schneller auf. Habe ich jetzt festgestellt. Und ja, hier sehen wir das gute Stück dann nochmal. 4 Zoll. Hier sehen wir auch die Kamera und der Annäherungssensor und Helligkeitssensor. Es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ist auch wirklich sehr dünn. Und ich habe jetzt hier mal im Vergleich zu schwarzen. Die sind einfach richtig, ich weiß nicht, richtig geil im Vergleich zu den vorhergehenden Modellen. Und die haben auch andere Rückseiten. Wenn wir uns das mal anschauen. Der Rahmen ist auch anders. Das iPhone hier, das schwarze, ist komplett schwarz. Und bei dem weißen ist halt der Rahmen schön silber. Und wir haben jetzt auch eigentlich die Antennenstriche in weiß. Die Folie lasse ich jetzt erstmal dran. Müssen wir nicht abmachen. Und ja, ein wirklich schickes Gerät. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. War es jetzt mit dem Unboxing dazu. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren könnt ihr da oben natürlich auch. Ist nicht verboten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.